Ja, schönen guten Morgen aus der Hauptstadt und guten Morgen, Herr Wegner. Schönen guten Morgen. Ja, sprechen wir über das, was Ihr Parteichef Friedrich Merz da gesagt hat. Eine Zusammenarbeit mit der AfD ist da ausgeschlossen, wo Gesetze gemacht werden. Aber nicht, wo man auch in den Kommunen, wie er sagt, in Stadt- und Landkreis zusammengestalten muss. Sie sind damit nicht so einverstanden, hat man bei Twitter gesehen. Warum eigentlich? Wir haben klare Bundesparteitagsbeschlüsse, dass wir eine Zusammenarbeit mit der AfD ausschließen. Und das ist auch der richtige Weg. Die AfD will eine andere Gesellschaft. Sie will spalten, sie sät Hass. Und das kann niemals ein Partner für die CDU werden, egal auf welcher Ebene. Und das besagt auch der Parteitagsbeschluss. Und ich bin mir ganz sicher, dass Friedrich Merz das auch meinte. Das heißt, Friedrich Merz hat sich mit dem, was er gestern gesagt hat, über den Parteitagsbeschluss hinweggesetzt? Ich bin mir ganz sicher, dass Friedrich Merz sehr klar die Abgrenzung zur AfD sucht. Und wir als Partei werden eine Zusammenarbeit mit dieser Partei stets ablehnen. Aber wenn man die FU-Aussagen sieht, dann tut er das ja offensichtlich nicht. Also die Abgrenzung ist nicht klar. Ja, aber ich bin mir sicher, dass wir haben ja heute auch Präsidium. Sie sehen ja die ersten Stimmen auch aus der Partei. Wir haben klare Bundesparteitagsbeschlüsse. Und ich bin mir ganz sicher, dass Friedrich Merz diese Bundesparteitagsbeschlüsse auch trägt. Er hat es ja auch immer so formuliert. Mit mir gibt es eine klare Brandmauer nach rechts. Und das ist der richtige Weg. Und da sollten wir auch nicht aufweichen. Wir sollten uns lieber damit beschäftigen, wie die CDU enttäuschte Menschen zurückgewinnen kann für die politische Mitte, statt über Koalitionsfragen bzw. Zusammenarbeitsfragen zu diskutieren. Machen wir gleich noch. Trotzdem die Frage, muss Friedrich Merz das zurücknehmen, was er da gesagt hat? Für mich ist völlig klar, dass es mit mir keine Zusammenarbeit mit der AfD geben wird. Das gilt, glaube ich, für den überwiegenden Teil der CDU Deutschlands. Wir haben klare Bundesparteitagsbeschlüsse. Und diese gelten. Andererseits muss man natürlich auch die Frage stellen, wie soll so ein Bürgermeister zum Beispiel von der CDU im Landkreis Sonneberg, wo jetzt ein Landrat der AfD gewählt ist, eigentlich vorgehen? Gilt für den jetzt fünf Jahre, vier Jahre lang, ich nehme keinen Anruf entgegen, ich kann keine Beschlüsse über Straßen, Kitas, Infrastruktur treffen? Was soll das eigentlich heißen, diese Brandmauer? Ein Anruf entgegennehmen ist ja was ganz anderes als Zusammenarbeit. Das ist doch gar keine Frage. Aber das alles Entscheidende ist doch, wie kriegen wir es auch wieder als CDU hin, sagen, dass ja auch in allen Landkreisen, in allen Städten Deutschlands die AfD nicht in Regierungsverantwortung kommt. Wir sollten uns darüber unterhalten, wie die AfD endlich zurückgedrängt wird, wie wir die Menschen überzeugen, wie wir die Probleme ansprechen und Lösungen anbieten, dass Menschen zurück zur politischen Mitte finden. Die AfD-Umfragewerte deutschlandweit dürfen uns ja nicht ruhig schlafen lassen, sondern sind ein Warnsignal an die etablierten Parteien, an alle, an die Regierenden, aber auch an die Opposition. Eben drum werden sich jetzt aber viele Wähler nach den Äußerungen von Herrn Merz fragen, wie können wir uns eigentlich sicher sein, dass die CDU nicht am Ende doch, auch auf Bundeslandebene, auf Bundesebene nicht doch was mit der AfD macht. Mit diesem Argument eben, man muss ja das Land am Laufen halten und wenn die AfD so stark ist, wie sie im Moment ist, wird das nur mit ihr gehen. Da können sich die Menschen in unserem Land ganz sicher sein, dass alles Entscheidende ist, dass Deutschland aus der Mitte regiert wird. Das war immer die Stärke Deutschlands und da müssen wir auch wieder hin. Eine Partei, die spaltet, die Hass sieht, die die Menschen auseinandertreiben will, die extreme Tendenzen hat, teilweise vom Verfassungsschutz überprüft wird. Es darf niemals eine Partei sein, die Verantwortung in Deutschland bekommt. Ist Friedrich Merz noch der Richtige an der Spitze der CDU? Friedrich Merz ist unser Parteivorsitzender, unser Fraktionsvorsitzender und deswegen ist er auch der Richtige. Auch nach diesen Äußerungen, da ändert es nichts dran? Wir werden das sicherlich diskutieren und ich bin mir aber ganz sicher, dass Friedrich Merz auch eine ganz klare Linie zur AfD zieht und die heißt keine Zusammenarbeit mit dieser Partei, egal auf welcher Ebene. Sie haben darüber gesprochen, Sie müssen mehr zeigen, wofür steht die CDU eigentlich und weniger wogegen, damit eben vielleicht auch wieder Wähler zurückkommen von der AfD. Ein Thema jetzt über den Sommerkindergrundsicherung, da kommt von der Union ja viel Kritik auch dran. Was erwarten Sie eigentlich konkret in dem Punkt? Sie haben viel Kinderarmut hier in Berlin. Ja, in Berlin wächst jedes vierte Kind in Armut auf oder ist armutsgefährdet. Das muss man sich mal vorstellen, wenn man durch eine Schulklasse geht. Jedes vierte Kind, was da sitzt, kann eben nicht zum Kindergeburtstag gehen, kann sich keine Kugel Eis kaufen oder die Sommerferien jetzt in den Schulen, in der Schulzeit oder in den Schulferien genießen. Und hier müssen endlich Antworten kommen. Ich erlebe eine Bundesregierung, die das Thema immer wieder adressiert, mit irgendwelchen Summen hantiert, Milliardensummen, aber kein Konzept aufbietet, kein wirklich konkretes Konzept mal benennt. Und hier müssen wir als Union Antworten geben. Das kann uns doch auch nicht ruhig lassen, wenn so viele Kinder in Armut aufwachsen. Was denn konkret? Also Frau Paus tut sich ja auch ein wenig schwer, damit ein Konzept vorzulegen. Aber sind Sie dafür, ganz konkret die Sätze anzuheben, zum Beispiel beim Kinderzuschlag, zum Beispiel bei den Teilhabepaketen, mehr Geld für Kinder? Ich glaube, wir müssen erst mal die circa 150 oder über 150 Förderinstrumente für Familien bekannter machen, weil ich glaube, dass 80, 90 Prozent der Familien gar nicht wissen, dass es so viel Förderung, so viele Möglichkeiten auch gibt. Und das muss transparenter werden, unbürokratischer werden. Ich könnte mir zum Beispiel sehr, sehr gut vorstellen, dass wir so eine kleine Checkkarte haben, einen Chancenscheck, einen Chancenpass, wo Familien, wo Kinder darauf zurückgreifen können. Wenn Kinder zur Musik Schule gehen, dass sie dort Gitarrenunterricht mit dieser Karte bekommen zum Beispiel oder die Teilhabe am Sportverein. Wir müssen alles dran setzen, dass diese Kinder auch Teilhabe am gesellschaftlichen Leben haben, damit sie sich rausarbeiten können aus der Armut. Deutschland stand immer für eine Aufstiegsgesellschaft. Viele Kinder haben diese Chancen nicht und das müssen wir erinnern. Aber einen höheren Kinderzuschlag sehen Sie nicht? Ich glaube, das alles Entscheidende ist erstmal, dass wir die Mittel, die wir haben, den Kindern zur Verfügung stellen. So, ich möchte ein klares Konzept haben. Ich höre immer auch den Streit jetzt in der Bundesregierung. Der Finanzminister sagt 2 Milliarden, die Familienministerin 12 Milliarden, andere sagen 16, 20 Milliarden. Ich weiß noch gar nicht wofür. Mir fehlt ein Konzept. Wo ist das Konzept der Bundesfamilienministerin für die Bekämpfung von Kinderarmut? Und das fehlt, und ich habe Ihnen gerade gesagt, wie ich mir das vorstelle. Eine Bündelung sämtlicher Förderinstrumente, einen konkreten Pass und da müssen wir gucken, ob da noch mehr Geld benötigt wird. Aber erstmal brauchen wir doch eine Konzeption, bevor wir über Geld reden. Zum Schluss, wo ich Sie schon mal hier habe, großes Sommerloch-Thema letzte Woche. Die vermeintliche Löwin, die sich am Ende als Wildschwein vermutlich herausgestellt hat. Zugegebenermaßen, das hat an der Grenze gespielt und eher in Brandenburg. Aber Sie als Regierender Bürgermeister von Berlin, was sagen Sie, haben sich die beiden Bundesländer da am Ende ein bisschen lächerlich gemacht mit dem großen Einsatz? Na, ich hätte gerne die Nachrichten gesehen, wenn es dann doch eine Löwin gewesen wäre, ob man sich dann so lächerlich gemacht hat. Ich glaube, die Sicherheit der Menschen sowohl in Brandenburg als auch in Berlin zu gewährleisten, das ist Aufgabe von Politik, das ist Aufgabe von der Polizei. Hier ist Polizei und Politik dem, ja, hat dem gestanden sozusagen. Dass es ein Wildschwein war, das lässt doch aufatmen. Stellen Sie sich vor, es wäre wirklich eine Löwin gewesen, die vielleicht sogar noch Kinder gerissen hätte, dass es nicht passiert. Von daher ist es okay. Das Video hätte man sich aber ein bisschen genauer angucken können, schon am Donnerstag vermutlich. Ja, ich weiß nicht, als Sie das Video gesehen haben, ob Sie davon ausgegangen sind, dass es ein Wildschwein war. Ich persönlich nicht. Als Expertinnen und Experten rübergegangen sind, war es dann wohl klar und deswegen ist es jetzt okay, dass dieser Wafari im wahrsten Sinne des Wortes abgeblasen wurde. Aber nochmal, ich will mich gar nicht drüber lustig machen, die Sicherheit der Menschen zu gewährleisten, das ist Aufgabe von Staat und Polizei. Die Worte des Regierenden Bürgermeisters. Herr Wigner, vielen Dank für den Frühstart. Vielen Dank. Und damit zurück nach Köln. Vielen Dank.